Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Nier Replikant. Ja, ist schon wieder eine Weile her, wo ich zuletzt aufgenommen habe. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich gucke mal kurz, Aufgaben nicht abgeschlossen. Fischer, herrenloser Leuchtturm, stimmt, da müssen wir noch hin? Ne, da müssen wir nicht hin, da müssten wir irgendwas machen. Kaputte Linsen, defekte Batterien und rätselhafte, genau. Ey, die Maus. Ah, stimmt, wir müssen jetzt die Schlüssel sammeln, so war das, ja. Wir gehen jetzt erstmal zum Sand und der hat eine Quest. Okay. Nordfelder war... Hier. Da müssen wir das sowieso hin. Heute kam meine Händlerin durchs Dorf und zog die verrückten Sachen aus ihrer Tasche. Sie sagte, sie heißt Accord. Hier waren wir ja schon eine Weile nicht mehr, oder? Dich, 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 dich. Wenn du so schnell gesagt hast, dann kannst du Jona nicht mehr helfen! Er lebt halt einfach immer noch. Danke. Ah, natürlich ist hier alles voll. Ich wusste gar nicht, dass man die Waffe schnell wechseln kann, das habe ich gerade auszusehen gemacht. Und vielleicht sollte ich mich mal healen. Wow. Okay, der Schlag ist echt überpowered. Ja, wir gehen da ja schon hoch, sie geht schon in der Richtung hin. Er schwebt halt einfach. Können wir nicht aufheben? Äh, Moment. Jetzt schon. Also wir gehen jetzt erstmal in die Mine und könnten eigentlich auch mal unsere Waffen verbessern. Wir haben das bis jetzt noch kein einziges Mal getan. Außer am Anfang, wo das Tutorial war. Tod. Die müssten ja eigentlich mittlerweile voll erwachsen geworden sein, oder? Okay. Oh, oh, oh. Er ist tot, oder? O兄-chan! 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 Kwee! Ah! 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 Ja-daa! Ah! Alter. Ja, die, wo nicht da sind. Hä? Ach, das war damals. Das war damals. So, der hat nur einen Arm, siehst du das? Eine Roboterarm. Ich habe nur ein Roboterarm verstanden. alles klar kann ich bei dem oh Danke. Kaufen, verkaufen? Was hast du so? Okay, bei dem kriege ich auf jeden Fall Zeug, wenn es drauf ankommt. Wir haben nur ein Eisenerz, Never. Wir hatten doch so viel. Danke. Verarbeitung. Wow, die pro Upgrade, holy shit. Das ist ja die eiserne Wille. Von 200 auf 339. Die hat echt brutal viel Potenzial. Na ja, wir gehen mal rein. Welche Waffen benutzt man eigentlich aktuell? Das ist die neue, die macht nur 20, die kann gar nichts. Wie sieht es hier aus? Teufelskönigin, ja. Und hier benutzen wir noch die Treue, gerade, oder? Ja. 329. Ja, ne, 147 hat die. Ach, die ist besser. Die ist zwar sehr leicht, aber da ist die echt stärker. Mal sehen. D-d-d-D. Kommen wir hier rein? Waren wir hier schon mal drin? Ach, hier komme ich zum Aufzug. Den man nicht benutzen kann. Vielleicht irgendwann dann. Nimm mal mit. Hihi. D-d-d-d. Mal sehen. Gehen wir mal U1. Oder sollen wir gleich U2? Eigentlich können wir fast U2. Ich glaube, U1 waren wir da bald. Wir können ja mal durchgucken. Oh. Okay. Da hinten ist selbst noch der Roboter, oder? Ja. Krass, okay. Dim. 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 Easy. Easy, easy, easy. Für was können wir das doch mal machen? Aua. Aua. Dö, dö, dö. Natürlich lässt die sich nicht aufnennen. Ah ja. Stimmt. Hier waren wir schon mal glaube ich. Jetzt kommt der der kack erstmal. Oh. Ups. Kann man eigentlich auch drüber laufen? Nee, okay. Schon relativ easy gemacht. Vielleicht wird es noch schwerer. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Zugstrecke war, die wir damals schon gefahren sind, kurz bevor wir den Boss gesehen haben. Gefährlich. 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 Tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü. Level ab! Und jetzt auf einmal so runterfliegen. Und das wär's ja. Oh, Theoldra hat gesagt, er würde zu meinem Geburtstag nach Hause kommen. Dabei möchte ich endlich mal seinen Geburtstag feiern. Oh, guck mal. Wow, er ist fast run it. Alles klar. Easy. Gedächtnislegion, wow. Uh, anstrengend, anstrengend. Oh, da liegt was. Dem, dem, dem. Gehen wir nach links. Ah, Moment. Ja. Hm. Hm. Das ist eigentlich so ein bisschen, ja, How to Lucas mäßig. Die sind ja nicht wirklich stark. Und ich muss mich auch nicht wirklich anstrengen, um die Runeter zu kloppen. Und der Boss war ja jetzt gerade echt ein Witz. Sind wir schon wieder überlevelt, oder? Ja, natürlich. Wir mussten nicht einen Heapod besitzen benutzen. Okay, kommen wir auch nicht weiter. Wie sieht's hier aus? Nope. Aber hier. Ein bisschen Eisenerz wäre schön, jetzt nachdem ich alles vergeudelt habe. Hm. 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 Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alles klar, sie rastet halt komplett aus. Nice, 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 nice. Kaputter Arm, kaputter Arm, kaputter Arm. Das Problem ist, hier geht's nicht weiter, aber es waren gute Farmstationen. Das Problem ist, hier geht's nicht weiter. Hm. Tut mir leid. Hm. Okay, hier ging's noch nach links. Nanana. Hm. 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 Okay, hier geht's auch nicht wirklich weiter. Das ist natürlich super sad. Einfach oben drauf hauen. Was hat's eigentlich mit dem Bobben auf sich? Ich frag mich echt, ob die für irgendwas süßig sind, was wir brauchen. Ja, ich frag mich. Ob wir damit vielleicht Türen aufmachen können. Hm. Hm. Mhm. Hm. 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 tatsächlich oh mein gott das sollte mir halt einer mal sagen die waffe ist mir einfach zu langsam tut mir leid ich muss irgendwas anderes nehmen die scheint viel besser zu sein ja viel besser man hätten wir gleich mal genutzt vielleicht mal einen heiltrank nehmen ich würde sagen wir machen hier nächste folge weiter und gucken was da noch auf uns zukommt ich glaube irgendwie nicht viel weil hier schon wieder in der kasse ist auf jeden fall danke fürs einschalten und bis zur nächsten folge